Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dinosys Survival. Hör auf zu reden. Lass uns herausfinden, was hier passiert ist. Oh, das hört sich... Moment mal, das hat sich jetzt überhaupt nicht gut angehört. Entweder war das ein fucking Raptor oder irgendwas anderes. Ich habe nämlich so langsam die Schnauze voll von Raptoren. Da hinten rennt ein Galimimus rum. Zwei Galimimus. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Galimimus? Galimimus oder Galimimusse? Ich weiß es nicht. Da ist schon wieder ein Ankylo. Ach du. Wo führt uns das hier alles noch hin? Okay. Paras und Brontos? Dagegen habe ich ja nicht. Allerdings, wenn jetzt wieder so ein hässlicher T-Rex auftaucht, dann... Ja. Wüsst ihr doch Bescheid. Kreischend wegrennen. Ach, schon wieder Wasser. Ernsthaft? Ich will jetzt eigentlich endlich mal zum Dings hier kommen. Zum Leuchtturm. Das sind zwei Triceratops. Da ist wieder eine Brücke. Drei Triceratops. Okay. Ich glaube, ich muss da lang. Keine Lust, dass die mich hitten hier irgendwie. Da hinten habe ich schon wieder irgendwas gehört gehabt. Och. Ich habe die Schnauze voll von Raptor. Oh. 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 Komm, Lutner. Komm, Lutner. Komm, Lutner. Komm, Lutner. Oh. Oh. Alter. Ich... Nee. Oh. Oh. Ich verballer hier so viel Munition, das ist ja nicht mehr normal. Und da unten werden bestimmt irgendwann wieder Raptoren rumrennen. Hey! Kackvieh! Ey! Kackvieh! Jetzt stürmst du endlich mal! Geht doch! Feine Güte! Ich hab so viel Waffen ohne Munition, ich würd die gerne entsorgen. Oh mein Gott! Was? Passengers! Die sind tot! Warte! Sie wurden schossen! Alles klar, die sind erschossen worden! Nicht gut! Diese Fliege, die hier rumfliegt, die nervt mich so hart! Oh shit! Es ist ein Trapp! Ja! Lade Episode 2! Wie... Oh... Where am I? Ah! Good! You're awake! You! Did you kill all those people? Not all of them. We... Don't take kindly to strangers. We have some of your kind here. But we don't have room for them all. Only the strongest survive. They might not make it. You son of a bi... Huh! You sound like them. Who's them? Are there more groups like yours? There's another tribe called Dreamers. Think they can rebuild this world with their technology? Think they can dictate what's right and wrong? They don't like us. They want us dead. Why? Because you're murdering people? Shut your mouth! I'll ask the questions! You said that air is fine. And let's say I believe you. You're still alive. But my people, you know. They'll need proof. You see, they're saying you're different. That's why you're not affected. I need you to convince them that it's safe. You hit me in the face and then ask a favour. Are you out of your mind? You're crazy if you think I'll help you. Oh yeah? How about I just kill the rest of these passengers I've found? Oh. Fine. Kirk! Okay, okay. I get your point. What do you want from me? There's an abandoned laboratory a few miles from here. I sent a scout to retrieve an air sensor a few years back. Unfortunately, he never made it back. I think he died in that damn lab. Bring me this air sensor and I'll free you and the rest of your group. Many years ago? You said that everything changed two years ago. What year is it? You really think time matters to me? Two years. Ten years. Does it matter? Just bring me the damn air sensor. Fine, but give me back my stuff. It's dangerous out there if you haven't noticed. I'll get you your bag and your crossbow, but the guns stay with us. Wow, you want to take my clothing too while you're at it? Where will I find this lab? North of here you'll find an abandoned city. Just beyond city limits you'll find it. Bionetics laboratory. You can't miss it. Kirk, take him outside. So, you're a dumbass. You're a dumbass. You're a dumbass. Mehr bleibt mir dazu nicht zu sagen. Ich hab wieder mal nur eine Armbrust. Schön. Wollte ich schon immer besitzen. Nicht. Ach man, was machen wir hier bloß? Uff. You'll find your stuff next to a barrel. Find this air sensor and I'll free the rest of the passengers. Ich habe wirklich nichts mehr. Toll. Okay, I've got my stuff back. Wow. Hello gorgeous. Chris. Mit 20 Schuss. Wie gütig ihr doch seid, ihr Affen. Her. Naja, haben wir erstmal die Kompis erledigt, dass wir wenigstens zwischendrin mal speichern können. Drei, vier und fünf. Und da ist, glaube ich, noch einer rumgesprungen. Ne, das ist ein Pfeil, der in der Luft hängt. Cool. Ja, also müssen wir ein Luftmessgerät suchen. Schön. Ich höre da was Großes rumstampfen. Ach, das ist nur so ein dicker. Das geht ja noch. Da kommen schon wieder Kompis. Ey, er hat sechs Pfeile für dieses verkackte Minipief verbraucht. Meine Güte. Und da geht's... Ach, das ist nur ein Galimimus. Aber da hätten wir einen Raptor. Ja, aber das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye. Bye.